Spanien Da espert steht Korrabe, Echle Kalosch Kerniges Abspiel an Raul Und Raul Das war natürlich Quellenklasse Da muss man klatschen Das muss man sagen Eisgarten, wie ne Hundeschnause Raul kommt durch Raul kommt durch, Raul Oh, was für ein geiles Ding! Das ist ja wirklich fassbar, was der Mann macht! Ja, Olo, mein Freund, deine Zeit hier auf Schalke geht vorbei. Ich denke, es war für uns als Mannschaft, für deine Kollegen, für die ganzen Fans, für die ganze Region, glaube ich, ein Trauma für Zeit, was, glaube ich, den Menschen hier im Ruhrgebiet Träume mitverwirklicht und dafür möchten wir alle auch Danke sagen. Senor, ich wollte auch einfach nochmal loswerden, dass es für mich eine große Ehre war, mit dir zusammenzuspielen und ich hoffe, man sieht sich auch nach deiner aktiven Zeit bei Schalke mal wieder. Von daher Glück auf und bis bald! Und ich werde mich nicht nur noch eine Esperanz. Tschüss, Liebe, Tschüss. Tschüss! 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 Ich bin sehr froh. Vielen Dank für Ihr Arbeit und Ihre Freundschaft und uns sehen uns bei uns. Ja, verdienter Applaus und ganz ehrlich, es ist natürlich sehr gefährlich immer für alle Schalker zu sprechen, aber heute, dieses Mal bin ich sicher, ich darf und kann im Namen aller Schalker sprechen. Es war und ist uns eine Ehre, dass er zwei Jahre bei uns war. Hier ist er, die sieben Senior!